So, willkommen zurück. Wir sind auf dem Weg zum Chor. Aber irgendwas ist hier nicht in Ordnung, so wie es aussieht. Denn reguläre Fahrstuhl ins Capital funktioniert nicht, also müssen wir hier hin. Oh, wer sind denn die... Wer sind die beiden denn? Die Elektromucke am Start. Was finde ich hier reingehen? So. Oh. Magic. Okay, Magic Words, also bitte oder danke oder was? Ja, das war so klar. Oha. Ja, jetzt gehe ich erstmal zum Fahrstuhl gucken. Natürlich. Hä? Hä? Ändern die Räume sich nicht? Nö. Dann gehe ich halt auf die andere Seite. Ja. 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 Okay. Orange. Orange. Blau. Ne. Das ging schnell. Achso, das stimmt. Ja. Fiffi Kuss, ne? Ohhhh, jetzt geht das Telefoniere schon wieder los. So, wieder so ein Feuerpinn wahrscheinlich. Oder doch nach oben. Okay, du kannst dich nicht ausschalten. Na gut, dann ist das also. Toll. Ich komme nicht mehr zurück. Was soll denn das? Naja. Oh man. Schafft. Großartig. Oh Mensch. Speichern. Sehr gut. Geht hier was? Ja. Okay. Und Osten? Achso, aha. Ja, dann. Ja, dann. Ja, dann. Ja, dann. Ja. Ja, ich hab das schon. Das sind auch spezielle Gegner hier. Das ist der Froschkönig. Final Forgot. Oh ne, geht's ja auch nicht ab jetzt. Scheint scheinen, not not. Das ist ein Päckchen hier. There's still hope. Okay, das ist gut. Ich auch nicht. Oha. Junge. Den Linken kenne ich noch gar nicht. Nein, ich will gar nicht kämpfen. Der Mercenary sagt natürlich Good Night. Night, Night. Ich muss ihn mal heilen erstmal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Dann sing ich was Okay Nochmal singen Komm schon Perfekt What a nightmare Also wie war das noch Bei Wurmsalot Kann ich Vielleicht mal sofort beten Ich geb nicht auf Oh Oh ja, ich krieg ja 4 HP mehr Oh, ich muss mir da noch mehr von holen Ich muss mir mal Final 4 get mystified Ich tue was mysteriöses Sehr gut So, jetzt Schauen wir mal Was kann ich denn für dich tun Der mochte es doch nicht, wenn man ihn geärgert hat, oder? Sehr gut Okay Ich hab irrt und schalter gerückt Oh, ich werd gar nicht angerufen Ich hab irrt und schalter gerückt Ich hab irrt und schalter gerückt Ich hab irrt und schalter gerückt Was jetzt? Ne, du willst das doch nicht? So, dann... Kann sich also auch ändern, ja? So, gespeichern. O hydropол, was ist das für ne Tür? Ach, nöööööö... My Function, Reprogramming, Get Real. Okay. Ja, das haben wir uns doch schon gedacht, oder? Oh, das klappt nicht. Ach. Okay. Na, eine gute Show ist wahrscheinlich, wenn Humans geärgert werden. Plotfest, ja. Dann mal los. Real Drama, Real Action, Real Bloodshed. Na, bin ich mal gespannt. Aber ich hab immer noch die gelben Knopfen auf meinem Telefon. Check and Burn? Ja, das ist schon mal. Was ist denn da? Ja, ich bin auch schwach. Ich will aber auch nicht kämpfen. Ja, ich bin auch schwach. Ja, das ist ein super Plan. Ich glaube nicht, dass ich will, dass der verrückte Roboter durch die Barrier geht. Ja, ganz toll. Ja, das kannst du mich schon wieder heilen. Na, Eintreff heilt ich noch aus, oder? Na, ich sehe. Oh, das ist aber ein guter Trick. Just flip my switch. Oh, yes. Na? Du kannst nicht abwarten. Die Ratings gehen runter. Da brauche ich eigentlich nur warten, bis die Ratings auf Null sind, oder? Was habe ich denn hier für Sachen zur Aussage? Okay. Heel turn, pose, pose, check. Noch mal check. Ich hoffe, dass die Show zu Ende, wenn die Ratings runter sind. Ich heile mich mal vielleicht eben. Ich muss mich nochmal heilen. So, ich warte noch einmal. Ich warte noch einmal. Es kocht. Okay. Okay. Nudeln rein. Vier Minuten. Oh, das ist schlecht. Achso, drei Minuten. Okay. Noch eine Minute, bis die Nudeln fertig sind. Toll. Ja. Ja, ein Glück. Was? Nur 8 HP? Das ist ja richtig toll. Ja. 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 Ich wüsste echt gerne was passiert, wenn ich... Ich heile mich mal irgendwas drüber. Im Moment habe ich noch das Astro Food. Ja, ich habe ein Keyboard. Eine Essay Frage. Keine Stad. Ja, ich habe irgendetwas. Ja, ich habe einen Job. Ich bin ja sehr nah, ich bin Mahl. Ich bin ja nur die Tipps. Ich bin ja auch nicht. Ich bin ja so schnell. Ich bin ja auch nicht. Ich bin ja auch nicht. Ich bin ja nicht. Immer wieder. Das war gar nicht ganz gut, oder? Das war's für heute. es ist einfach immer speichern gehen sollen ich habe gespeichert vorher ist so gut sehr gut das ist echt witzig clever very clever das muss ich aber noch üben bisschen das ist das Rating hochgehen. Man weiß es nicht, ne? Hätte ich mal doch was eintritten sollen. Jetzt kann ich hier turnen. Muss ich die Ratings vielleicht doch hochhalten? Es hat diesmal. Ah. Oh. 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 Oh, oh oh. 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 Ah, Pause Oh, hätte man auch so rumzuzappeln Ja, auf jeden Fall Komm schon Ich dachte, er hat seine Arme verloren Das ist ja ganz gut Dann esse ich jetzt nochmal was Was esse ich denn? Astro Food? Oder die Instant Nudeln Ja, ich nehme mal die Instant Nudeln Ich muss echt warten Das hilft gar nichts Aha, doch ein bisschen Korn Oh, ja Ja, und sie sind nicht besonders gut Das ist ja schon Ah Oh, ey Oh ja Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich probiere das noch. Jetzt muss ich gleich wieder die Nudeln machen. Ich versuch's. Geh ich mir nochmal einen Burger kaufen. Stört doch bestimmt niemand, oder? Schlechter Frosch. Ganz schön weit bis zum nächsten Burgerladen. Das ist hier oben eigentlich. Aber stand da nicht nur, dass... Ah stimmt, stand da nicht zwei Leute? Das ist hier oben. Noch mal singen, komm. Sehr gut. Ich bin gespannt, ob ich noch viel zurückkomme. Ach, jetzt geht der Fahrstuhl plötzlich. Der auch? Nee, der nicht. Koffe ich mir jetzt hier so zwei von den ollen Burgern, oder? Und... Das hier der Rästchen. Die Rästchen. Der ist ja so viele. Also, ich habe das Gerät. Ich habe das Gerät. Die Räste Ver und ich habe das Gerät. Hm, Life-Advice, Romus-Advice, Metatron, your future. Nina? Ja, war das ein Kodil oder eine Katze? Was ist denn das für eine Geschichte, wo die Hose wegen den Hamburgern runterrutscht? Das ist eine super Geschichte. Ja, jetzt hat das Metaton verschwindet. Hm, aus Sequence and Glue. Hm. Ja, das wäre super, ne? Tschüss. Warum funktioniert denn der Fahrstuhl bitte? Ach so, der Fahrstuhl ist das, okay. Okay, Zeit für eine kleine Pause und dann werden wir uns nochmal Metaton annehmen. Bis dann!